0815 Handyhöhlen Teil 2 Zuallererst die, ich hab 1000 Abos und ich mach einen auf Kylie Jenners kleine Schwester mit meiner Schnur in meinem Handy Ey, ich kann's nicht mehr sehen man, ich kann's nicht mehr sehen Dann kommen die, die noch ein bisschen normal sind, ja ne, die haben ein ganz normal schwarze Handyhöhle, vielleicht 1-2 Euro Noch normal, weißt du, die sind noch normal Aber danach kommen diese Leute mit, ich hab Transformers in meiner Hosentasche, ich schaff alles Wenn ich einen Typ mit so einem Handy seh, es fühlt sich an, als ob so ein Optimus Prime, als ob irgendein Transformers sich da gleich entwickelt Was geht bei euch, Digga, was geht? Und dann natürlich die, die einfach gar keinen Bock auf irgendwas haben So, scheiß auf mein Leben, Digga, ich nehm einfach irgendeine durchsichtige Handyhöhle Kannst auch gleich gar keine nehmen, ja nicht Like und kommentiert das Video für Teil 3